mcb 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 ich war eine kollega parodie ok es ist der kollega kollege der boss haftige boss meuse guckst du auf meine drei gold ketten es ist kollega 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 der boss haftige boss bitch er wird euch jetzt kommen wir so machen ich lese es vom internet vor beach von wushido endgegner romans rispo alter was hast du da bloß gemacht jungen ja ja und mann jungs das ist so wie man wie wenn man schlecht träumt und plötzlich aufwacht und man hat das ganze bett vorgepisst alter er ist guter junge hier ok jungen sie schreiben hey ich bin der endgegner und sie schreien hey hey denn ich kenne jeder du kannst entweder kommen wir mal ein album an oder brah brah salutieren jetzt haltung an jungen sie schreien hey ich bin der endgegner und sie schreien hey hey denn ich denn ich kenne jeder du kannst entweder kommen kann man album an oder brah brah salutieren jetzt haltung an